Willkommen im Schnäppchenkeller von ProfiSnap.de und heute habe ich wieder ein ganz besonderes Schnäppchen für Sie und zwar das Modell 4536 Cumuli als Sofa mit Vollfunktion Wallfree und als Sofa ohne Funktion, also zwei Sofas zusammen in Stoff Mikrofaser Belvetara Kiesel Nun, Sie sehen schon, ein echter Hochlehner Ich sitze hier richtig satt drin Habt nicht nur Schulterunterstützung, sondern auch Kopfunterstützung und hier hat es zwei schöne Knöpflein und jetzt habe ich natürlich eine Luxusposition Ich liege wie im Bett Oben kann ich mir dann das Kopfteil noch vorholen und jetzt kann der Fernsehabend beginnen Zwei Komfortsitze, der Nachbar hier kann das gleiche Einfach nur aufs Knöpfli drücken und schon geht das wieder rein Den Kopf strecke ich Schöne Form hier mit Eiche-Massivholzschatose Und das zweite Sofa sieht genauso aus, hat aber die Funktion nicht Weil man sie ja zumeist über Eck stellt und dann ist es gut, wenn eines starr ist Aber hat natürlich auch ein super Sitzkomfort Wenn Sie also was suchen mit zwei Luxussitzen Vielleicht sogar Eiche als Holz bevorzugen Und richtig bequem sitzen wollen Dann empfehle ich Ihnen diese Cumuli-Garnitur Der Bezug ist Mikrofaser und zwar keine einfache Mikrofaser, sondern Belvetara Schauen Sie mal nach im Internet unter Belvetara, dann wissen Sie was das bedeutet Luxus pur, pflegeleicht, Männer geeignet, Kinder geeignet Ein Bezug, der viele Jahre Sie begleiten wird Und Sie haben hier einen Preis, der eigentlich unfassbar ist Ein Witz, weil die Gruppe ein EDV-Fehler ist Was heißt denn das EDV-Fehler? Nun, im Bestellprozess vom Möbelhaus über Himmola kann immer mal was schief gehen Es wird der falsche Farbcode bestellt oder es wird die falsche Größe vom Sofa bestellt Ein Zahlendreher und schon wird das Falsche produziert Und der Endkunde nimmt natürlich dann die falsch produzierte Gruppe nicht ab Sie wandert ins 1B-Warenlager Von dort kommt sie dann zu uns und vielleicht zu Ihnen Ein super Schnäppchen für Sie Cumuli als Sofa-Gruppe in Belvetara mit Vollfunktion Übrigens, Sie brauchen nur 20 cm Platz nach hinten Weil dies ein Wall-Free-Beschlag ist Schnappen Sie zu Eine Chance, diese Chance Dankeschön, Ihr Reinhard Und Tschüss